So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist 11.56 Uhr, eine neue Folge Pokémon, eine neue Folge Maxout Monday. Beim letzten Mal haben wir Vesprit gemaxed, 100% auf Level 50 gezogen, denn bei mir heißt Maxen, 100er auf 50 ziehen. Deshalb auch die Vorschläge, die von euch immer kommen, wenn ich ein 100%iges habe und genügend XL, um es auf 50 zu ziehen, dann machen wir das. Fünf Vorschläge aus der Community werde ich immer überprüfen und einen Titel-Pokémon bestimme ich immer selber. Das, soweit die Regeln, die ich jeden Montag erkläre. Jetzt habe ich schon was vorbereitet und zwar, wenn wir mal hier drauf gehen, habe ich 4 Sterne und Sneeble eingegeben. Und das seht ihr ein Sneeble, nämlich dieses hier. Das hat eine lange Feder. Warum hat das eine lange Feder? Weil das ein Männchen ist. Für alle, die da noch gar nicht drauf geachtet haben, das Männchen hat eine lange Feder am Ohr, das Weibchen hat eine kurze Feder am Ohr. Mir persönlich gefällt diese lange Feder viel besser, ist viel präsenter und deswegen möchte ich das, auch wenn das ein höheres Level hat, so lassen und nicht entwickeln. Während ich dieses hier entwickeln möchte, weil das hat ja eh nur eine kurze Feder und sieht komisch aus. Das heißt jetzt Taiva Tiso, weil Taiva Tiso, also Tiso, mir das Ticket geschenkt hatte für die Cosmog-Forschung. Ich dankbar bin dafür und deswegen meinen Buddy, den ich jetzt immer habe, so lange Taiva Tiso nennen, bis es irgendein anderes Ticket gibt und derjenige mir wieder ein Ticket dann gegeben hat oder so. Habe ich mir gedacht, als kleines Schmangerl zu den Posts, die ich immer mache und zeige, benenne ich jetzt meine Buddies immer nach euch von demjenigen, der mir ein Ticket gibt, bis ich ein Ticket von jemand anderes für ein anderes Event habe. So, das musste man als Buddy nehmen, damit musste man sieben Kilometer laufen. Wir werden es erst mal entwickeln. Es kommt auf 2900. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass das überhaupt wild erscheinen konnte. Normalerweise gab es das früher bei einem Event mal aus sieben Kilometer Eiern, genau wie das Hisui Fukano oder den Hisui Baldorfisch. Das wild hat mich jetzt angesprochen. Das ist nie boss und wir müssen es noch hochziehen. 2900, das ist mega glatt, aber ja, Kampf, Gift, einmal rüber, zack, 36, oh mein Gott, 36, 43, das sind auf jeden Fall heftige WP, 3643, 100%, Level 50, Snee Boss, auch gemaxed. Damit abgehakt, wir haben ja in einer der letzten Folgen auch Myriador gemacht, also die Weiterentwicklung von Baldorfisch. Bin ich mal gespannt, ob sie das Fukano oder das Hisui Fukano auch irgendwann mal bei einem Event in die Wildnis setzen, denn das sieht ja auch richtig toll aus. Jetzt gehen wir zurück, gucken mal auf eure Kommentare unter dem letzten Video und das sehe ich schon. Es gab, glaube ich, 33 Kommentare oder irgendwas, hier ist Cosimun94, hey, ich würde gerne Yanmar oder Flemly sehen. Jetzt schauen wir mal hier bei Yanmar rein. Yanmar, Yanmega ist auf 50, Yanmar ist nicht auf 50, das heißt, wir können Yanmar auf 50 machen, pushen das hoch, 1662, machen den Namen hier auch weg, dass das wirklich nur Yanmar heißt und machen noch den Level 50 Tag dran. So ist der erste Punkt von euch abgehakt. Vier Vorschläge stehen noch aus. Bruder, gib mir jetzt die App zurück. So, Tobias Reuter sagt, Flemly, das war das Zweite, was Cosimun auch gesagt hat, ist das jetzt übrig geblieben vom letzten Video? Jetzt geben wir extra mal Flemly ein. Wir haben Logok auf 50, wir haben Jungglut auf 50, Flemly haben wir nicht auf 50, können das aber jetzt auf 50 machen und damit ist die Flemly-Familie auch voll mit 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4 wäre irgendwie lustiger gewesen, aber es ist natürlich 1, 2, 3, 6. Ja, auch also Level 50 dran, gut aufgepasst. Es gibt ja doch noch Leute, die das ernst nehmen, das Ganze. So, Flemly-Familie ist am Start, ist voll, 1236. Peter Kauer, ich noch keines. Henry Herfurt, kannst dich gerne bei mir melden, da ging es um die Sangapu. Tobias Reuter, Milze, aber Tobias Reuter war ja schon dran, also weiter. Tobias Reuter, Scambisto, weiter. Jochen Strehl, Mirapla. Schauen wir mal nach Mirapla. Ja, wir haben, jetzt wird es wieder kompliziert, Digi-Flor 50, Krypto Bluebella, 50, Krypto Du-Flor 50, bleibt Mirapla übrig, nicht auf 50, können wir aber machen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Falsche gemaxed, 1389 ist damit noch höher. Also das Flemly eben, kriegt auch hier seinen Level 50 Tag dran. So, und ihr seht, der Jochen, auch wenn er beim Community Raid nicht mitmachen durfte, hat er mittlerweile ja sein Lucky Trade mit mir gemacht. Danke dafür, Jochen. Und deswegen werde ich dich wieder als vollwertiges Mitglied der Menschheit berücksichtigen und deinen Vorschlag zu Mirapla eben annehmen. Damit ist Mirapla jetzt auch komplett fertig. braucht nicht mehr vorgeschlagen zu werden. Das war jetzt der dritte. Zwei Vorschläge von euch können wir doch machen. So, Jochen hat noch einen zweiten, egal. Jochen hat einen dritten, egal. Lil Coke, Ignivor, wie viele Bonbons? Was war die Antwort? 212 und 147 XL. Baloo sagt Wablu. Wablu. So. Altaria ist auf 50. Wablu ist nicht auf 50. Wablu können wir auf 50 pushen. Ist dann der vierte Vorschlag von euch. 931 WP. Machen wir hier auch den Level 50 Tag dran. Sind wir damit auch durch. Wablu, Baloo. Und einen braucht man noch. Relaxo sagt Riolu. Ich natürlich wieder gesagt, da habe ich keins. Da fehlen die XL und das 100er. Relaxo ist wieder mal sehr gut drauf. Ich habe einen Sangapu. Das ist sehr schön, Standy. Anja Kornpropst. Skadaborn. Jetzt bin ich. Hatten wir Skadaborn mal als. Ja, Skadaborn war schon mal als. Als Titel-Pokémon da. Skadaborn kriegt auch noch eine Mega-Entwicklung. Hat jetzt 3506. Bin ich mal gespannt. Wenn der seine Mega-Entwicklung hat. Wie krass der wird. Leider ist es hier ein weibliches. Kein männliches. Das männliche wäre noch krasser. So. Benjamin Engel. Ich habe Samstag 100er Kingler gemaxed. Dann schlage ich Krabbi zum Maxen vor. Haben wir schon Krabbi? Guck mal rein. Kingler ist gemaxed. Krabbi ist auch gemaxed. 1700. Weil ja das Kingler auch 3100 bekommt. Und ist immer noch mit Blubber Krabbhammer ein richtig guter Wasserangreifer. Wer kein Kioka hat, nutzt Kingler als Ersatz. Haben aber immer noch einen Vorschlag offen. Hi. Hab nur 9. Würde ich mit dir. Gut. Kosturso einmal aus 50 machten. Pascal Lange. Kosturso weiß ich, dass wir schon einen haben. Und zwar haben wir einen Shiny 100%igen auf Level 50. Aber Veloursi haben wir nicht. Das heißt, wir würden jetzt Veloursi auf 50 maxen. Damit wir hier die Familie auch voll haben. 1529 hat er mit den Beinen geschlackert. Und dann ist er hingefallen. Das sieht man nur einmalig, wenn man ihm ein Power abgibt. Die Animation bei der Attacke sieht halt wieder anders aus. Das war die. Ich reg mich auf und fall dann hin. Bodycheck Stampfer. Ja, ist halt Typ normal. Mit Typ normal machst du eigentlich nichts. Und hier sind glaube ich jetzt auch nichts mehr dabei. Marc niemals sagt Hippo. Aber wir sind schon voll. Net goes. Was hat er denn? Riolu, Krabox, Kudelais, Campisto, 100er XL. Alles am Start. Ja, der Rest also. Wer jetzt nicht dran war, nicht traurig sein. Macht eure Vorschläge wieder unter dieses Video. Es ist jetzt 12 Uhr. Ich werde das so hochladen, dass es 15 Uhr wieder online geht. Das ist immer Montag 15 Uhr online geht. Also wer Zeit hat, an dem das wirklich wichtig ist. Punkt 15 Uhr könnt ihr dann eure Vorschläge drunter posten. Grüße an Marc, Netghost, Pink, Leolai. So. Das war alles an den Top-Pokémon. Hat sich nichts geändert. Sechs Pokémon wieder mal gemaxed. Das hier. Louis ist immer noch auf Platz 1. Rest seht ihr hier. Was habt ihr zuletzt gemaxed? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out for out. Euer Ramses.